Jo und was geht euer Karasu Tengu wieder hier back am Start mit einem Dead Island Video und zur Seite habe ich natürlich wieder Marc alias Barthor Place und ja. Guten Tag, Hallöchen, lang ist her. Lang ist her, ja es hat echt extrem lange gedauert bis wir hier mal wieder zusammengekommen sind. Ja gut, für die Zuschauer ist vielleicht nicht so lange, weil ich weiß nicht, das Video ist vielleicht ein paar Wochen her, oder? Naja, ein paar Videos sind nicht gekommen, also mehrere Wochen jetzt sag ich mal, wo ich halt andere Sachen hochnehmen musste. Aber okay, man muss es halt auch mal verschmerzen, ne. Privatleben geht halt immer vor. Richtig. So und was möchtest du jetzt eigentlich mit dem Ding machen? Achso, okay, raufschießen, ja, ja, ja. Au! So hier, komm her. Warum überlebst du eigentlich? Was? Warum überlebst du eigentlich? Ähm, ja, weil ich der Jute bin und die Juten überleben halt immer. Nee. Da. Und jetzt hast du mich umgebracht, ne? Ja. Ja. So meine lieben Freunde, das Spiel ist leider vorbei, wir haben es durchgespielt, wir sind gestorben. Ach, hier, ähm, hast du eigentlich auf meinem Kanal gesehen, ähm, hier das neue Spiel, hier, Kingdom Come? Ja, also ich mag es, ich weiß, also, das Spiel ist also schön und gut, aber, hm, hm. Also das macht schon sehr viel Spaß auf alle Fälle, ja, und, ähm, jetzt bin ich ja nach vier Folgen oder fünf Folgen oder was das da sind, habe ich jetzt erst gerade mal den, ähm, nach den Anfang geschafft, ja, das Ding jetzt erst mal richtig los. So, komm, wir müssen jetzt hier, ähm, wir haben auf alle Fälle eine Mission, wir fahren nochmal die Mission, dann müssen wir nochmal... Also, wem ist noch nicht aufgefallen, jetzt sind immer noch die gecheateten Waffen von dem... Nein, nein, das sind... Aus der letzten Aufnahme. Nee, nee, das sind Waffen, äh, die haben wir uns, äh, ja, die haben wir gefunden, die lagen hier oben rum. Ah, ja. Ja, ja, die... Ach, Digga, was verprügelt für mich denn schon wieder? Er macht mich fertig, der Junge. So. Na, okay, er bringt mich wieder um. Hä? Ich überleg gerade, warum macht das Ding so einen riesen Schaden? Ich blä... Nein! Oh! Der Flux hier. So, jetzt ist er mal gut hier. Wir haben auf alle Fälle eine Mission, wir müssen hier noch ein paar Leute retten und Zombies killen und sowas alles, wie es damit ist. Wir werden ja bezahlt. Was machen wir hier im Wasser? Warum bist du im Wasser? Was haben wir hier rinnen müssen? Hier ist Wasser. Ja und? Scheiß heute. Ist das dein Ernst? Komm, Bro. Ich seh da drinnen nichts. Ich komm doch nicht runter. Wie, du kommst hier nicht runter? Hä? Hier ist doch alles voller Wasser. Bei mir ist alles leer. Die haben das doch abgepumpt, letzte Folge. Bei mir nicht? Hä? Hä? Das ist alles voller Wasser. Was soll das? Das ist krass. Okay, ähm. Was zeigt denn die anderen Mission? Ähm. Du musst da aber runter, ne? Weiß es nicht. Warte, wo ging das nochmal? Es ist schon zwei Jahre her. Select. Die Mission heißt auf alle Fälle die Tunneln. Die Tunneln ist komisch übersetzt. Hä? Die Tunneln. Was ist denn Select? Select. Mensch, Select ist, war ich doch mit Kontrollerspieler. Ja. Ähm. Ähm. Escape oder so, denk ich mal. Escape ist nicht richtig. Nee? Start? Ich hab jetzt mal Tapp genommen. Die Tunnel. Genau. Sprich mit Trevor. Achso, du musstet dann noch erst... Der sucht einen Weg durch die Tunnel, hä? Achso, der musstet erst noch... Wo ist denn Trevor? Wo ist der denn? Trevor ist hier. Also du musstet noch einen Gang bringen, ne? Äh. War schon womöglich. Dass er drauf pumpt. Der Typ, der will mir nur Sachen verkaufen. Was ein Arschloch. Gibt auch nichts. Gibt auch nichts. Will vielleicht der komische Typ hier? Der hat ein Hardy. Will der was von mir? Der ist krass. Das wird mir nicht richtig geladen hat. Äh. Äh. Warte mal. Da ist jetzt ein großer roter Kreis. Wo ist der denn? Hallo? Ein roter Kreis? Großer roter Kreis. Der bewegt sich. Ein paar Karte bei mir. Hä? Wieso falle ich denn hier runter? Ja, da ist der rote Kreis hier unten drin. Aber ich komme ja da nicht drin, weil du nicht am Start bist. Oh Leute. Tatsache. Warum ist das der rote Kreis? Was soll das? Irrgeil. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Komm. 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 Das klappt nicht. Setz dich mal hin auf der Treppe. Bin ich gleich da? Oder stehe ich immer noch an der selben Stelle? Du bist immer noch an der Treppe. Aber. Boah. Ich sterbe gerade. Man kann ja auch nicht schwimmen oder so. Das ist total ärgerlich. Der hat aber gerade gesagt legen wir los. Ja los. Mach was. Ja. Tu doch Pumpen. Mach Pumpen an. Hallo. Pump da jetzt. Oh man. Was ist denn das? Kann man die Mission eigentlich irgendwie neu starten oder? Nein. Kann man überhaupt irgendwas machen um. Warum setzt du hier alles in Brand? Ich verstehe das nicht. Warum machst du ein Pfoten? Ne was ist denn eine Bombe oder? Ja. Mach man damit. Kann man darauf schießen. Du schießt ja nicht drauf. Ne kann man nicht. Hä? Ach ne Giftmine. Aber warum ist denn bei mir Wasser? Ja das sag ich mir echt doof. Warum bei dir Wasser ist. Musst du noch irgendwas anmachen oder so? Ne ne. Ja der hat die Pumpe eigentlich eigentlich angemacht und dann ging es so schon los. Also bei mir hat das was. Dann hat er immer gleich gespeichert. Ehm. Wiss ich nicht. Vielleicht ladest du nochmal oder so? Ich weiß ja nicht. Naja. Ich geh nochmal. Versuch mal nochmal. Ähm. Aussteigen. Ja. Weil da gibt ja ja keinen Sinn ne. Weil bei mir ist ja die Mission schon voran und dann. Hä? Spiellobby. Ne. Hä? Wo muss ich hingehen? Na geh mal jetzt alleine rein. Also lad mal den Spielstand alleine ohne hier in eine Lobbyin zu kommen. Also muss ich auf beenden klicken. Genau. Okay. Und wenn du denn das da gemacht hast dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Aber das ist schon komisch oder? Eigentlich sind wir ja bei dem gleichen Stand. Sind wir ja auch. Ich habe es ja auch letztes mal gesehen. Ähm. So. Ist aber jetzt. Ist bei dir immer noch da Wasser denn oder was? Let's get on with it. Nö. Jetzt ist kein Wasser da. Ja. Okay. Dann mach einfach die Mission. Die da runter. Mach die Mission. Ich mach die dann auch und dann treffen wir uns gleich wieder. Okay? Okay. 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 Ich bin durch so eine Tür gegangen. Na ja. Musste er. Bin ja auch durch die Tür. Achso. So. Jetzt lade ich dich nochmal ein in der Lobby. Bist du schon da? Ja. Okay. Dann lade ich dich jetzt nochmal ein. Freunde. Ähm. Warto Place. Hier. Ich trete dir schon bei. Ich bin hinter dir. Ach du bist schon da. Ah. Okay. Ah. Da ist er. Siehst du? Ach Digga. Ich wollte nur sicher gehen. So. Jetzt kann man aber richtig loslegen hier. Warte ich hab 6000 Dollar verloren. Wofür geh ich denn? Ja weil du. Ich hab auch 5646 Dollar. Weil du nur rumspinst hier. Wir sollten hier Zombies skinnen und uns nicht äh. Ja. So. Muss ja mal gesagt werden. Also. Jetzt kannst du auch wieder. Ne. Wir sind wieder back am Start. So. Ja. Okay. Irgendeinen Generator sollen wir jetzt finden? Gab's so nicht. Ähm. Ähm. Ich kann's ja nur sagen auf den Controller. Hey. Aber Taschenlampe nicht. Aber Taschenlampe nicht. War ich auf T? Für Taschenlampe? Oder für Elf der Flashlight? Ja. Nee. Wasserarbeit. T. Taschenlampe. Ich hab auch schon elf Licht gemacht oder so. Irgendwie nicht richtig. Was ist das? Ih. Ratte. Ne Ratte. Ja. Sag mal. Ich hab's hier nicht auch mal ne Option oder so was? Da ist. Ach da Option. Alles klar. Ich muss mal. Ach du hast FPS mit drin immer ja? Wo bist du denn jetzt? Weiter gegangen. Wo lang? Hier hoch ja? Ja. Okay. Oh jetzt muss man hier auch noch kriechen. Was ist denn hier los? Boah. Sag mal. Wie konnten der kriechen? Ach so. Boah. Dann muss man erstmal wieder rindfuchsen ja? Ja. Diese ganze Materie. So hier was hier los. Ne Knarre. Okay. Ne bessere Knarre als die wir jetzt haben. Kann das schon ja nicht mehr geben. Ne. Das auf keinen Fall. Gehör schon wieder irgendwas? Bist du schon wieder in Action? Ne wo bist denn du? Ich hab hier jemanden. Bist du an dem vorbei hierher? Hä? Bei mir war da keiner. Bei mir stand hier jemand. Oh. Auch gut. Ist es eigentlich schon wieder drinnen so? Läuft wieder oder? Ja ja ich bin schon am Aufnehmen wieder. Ja ja alles klar. Ja schön. Du musst mal gucken wegen Ton und so. Hinter die Hand. Oh wir haben Licht. Oh lol. Ist vielleicht das hinter mir einer schon. Ich hatte die ganze Zeit nur noch. Hey. Hätte ich ihn da gehört aber. Hm. Wusste nicht woher das kommt. Bin's verrückt. Ey ich hab fucken mit. Komm schon. Nehmen sie. Nehmen sie in den Mund. Okay jetzt kommen sie. Jetzt kommen ein paar mehr. Aua. Wo ist das schon von mir? Hinter die oder was? Nee. Ich hab geschossen. Und dich getroffen. Und mich damit umgebracht. Ach. Digga. Wo ist das denn? Was ich auch mache. Ich mach es falsch oder kaputt. Okay. Du hast einen Weg durch den Tunnel. Alles klar. Ah. Hier ist eine Leiter. Ähm. Ich hab eigentlich gedacht dass ich überlebe. Warum was wolltest du machen? Ach du bist runter gesprungen ne? Ja. Ahaha. Ich dachte das geht. Anscheinend lag ich falsch. Ich glaube ich bin gleich pleite. Wo sehe ich denn mein Geld eigentlich? Ich weiß. Ähm. Ins Menü hier wäre eine Karte und Quest und Inventar. Ich glaube wir Inventar noch. 51.000 habe ich. 51.000? Nicht 1000. Manche beschweren sich ja immer. Warte. Was? Ne. Hä? Wo sehe ich noch? Inventar. Wo denn? Ich hab 50.000. Ja siehst du hast du doch gesehen. Alter was ist denn jetzt los hier? Komm schon wieder aus allen ihren Löchern gekrochen. Wo hast du denn das schon wieder her? Wo ist denn meine Waffe hin? Oh wir haben ne Chemikalieprobe gefunden. Sollten wir wahrscheinlich auch. Ne ne ich will jetzt keine Panzerfaust. Hä? Marc ist erstmal beschäftigt. Ja wo? Meine Waffe ist weg. Schon wieder? Holy shit. Ja ich hatte doch mal diese. Holy shit. Ich hab jetzt auch noch diese scheiß keine Handfeuerwaffe. Der Rest ist weg. Die Waffe wie du war ich nicht. Das ist schlecht Digga. Die waren nämlich extrem gut. Das hast du doch. Ah ne das ist so ne MP ne. Das ist die MP aber ne. Das ist ne ganz normale Handfeuerwaffe. Ja aber die ist doch genauso gut oder? Ja ja aber trotzdem. Der war viel cooler. Der konnte man wenigstens die Leute mit schocken. Ich lauf gerade einfach ins Nichts. Weil ich nichts sehe. Na ich seh auch nichts. Die Taschenlampe bringt überhaupt gar nichts. Ja. Ich krieg da nichts an. Dass hier was bringen wäre. Ah ne Leute jetzt gehts wieder ein bisschen. Hä? Ab und zu sieht man ein bisschen was ja. Von Licht da rum. Okay. Müssen wir aber weiter runter ne. Ja ja. Ich äh. Alter. Mein Licht ist trotzdem fast leer. Oh. Ich hab nur gesehen dass mein Crosshair einfach rot geworden ist und hab ich gedacht schieß sie mal drauf. War die falsche Entscheidung. War die falsche Entscheidung. Ah wir müssen hier runter. Da unten sind sie. Ja. Alter kam der angesprochen. Ja. Na ich glaube nicht dass wir hier runter springen sollen. Ne. Glaub ich auch nicht. Von wo. Wow. Hinter dir. Wahrscheinlich ist jetzt hier irgendwo ne Leiter. Warte mal. Konnt man nicht hier die Batterie aufladen oder sowas? Ne. Da musst du kurz die Taschenlampe ausmachen. Ne. Zieht wieder auf. Lol. Wow. Wow. Aber du hast auch Fuckin hast gesagt. Stimmt. Aber ich kann ja so hinwerfen. Du musst jetzt irgendeine Treppe geben. Ah hier. Mal gucken. Blöker. Du musst euch Euro XML Fest. �